Zeit ist Geld. Schönen Tag auch. Jetzt schon? Wie sind die alle so schnell hier hin? In Ordnung, Horde-Truppen. Ich hab so'n Gefühl, dass wir's falsch wissen. Viel Spaß damit. Wir bringen uns dann mal in Sicherheit. Und schreibt uns eine Karte, wenn alle Dämonen weg sind. Graten, Segel einholen und verflott. Was ist das da vorne? Riecht nach Erd. Hier führt nur ein Weg heraus. Was ist das, was die Karte? Das ist das, was die Karte. Ja? Was ist das, was die Karte? Zerquatscht sie! Durchhalten! Wir haben sie fast! Wir haben den Zuhörer. Ich verfütterte eure Kadaver an meine Hunde! Haltet sie von den Pfeilern fern! Hmm. Sollte die Kader aus? Wie soll man die Kader ausziehen? Sie werden nicht loswerden, ich keine Kader ausziehen, aber ich hatte ihn nicht gelesen, dass ich meine Kader ausziehen kann. Aber ich werde jetzt so ziemlich gut, dass ich die Anstあり die Kader ausziehen. Und ich hab sie versucht, zu kommen. Schwächlinge, muss ich denn alles selbst machen? Nun gut, macht euch bereit! Ihr sterbt wie alle anderen von euch. Konzentriert euch auf den Kommandanten! Eure Seelen hier wäldige Kralen erleiden. Der Meister wird mein Fleisch wieder und wieder heilen. Ihr könnt und ihr würdet alle brennen! Es regnet Teufelsfeuer vom Himmel. Passt auf! Seht immer noch auf. Ich werde zurückkehren. Gut, wieder an eurer Seite zu kämpfen, Kriegshäuptling. Wird mich nie dran gewöhnen, dass ihr mich so nennt. Es gibt nur einen Weg zum Grabmal. Seid ihr bereit? Vorwärts! Silvanas Schiff muss da vorne runtergekommen sein. Sie breiten sich schneller aus als je zuvor. Ja, Mann. Das ist nicht die Legion, die wir kennen. Was? Das ist keine Invasionstruppe! Das ist eine Armee. Bögen spannen. Halten. Feuer! Sie leben. Gehen wir! Das ist zurück in die Ferne. Ich muss nie erinnern. Ich bin außer Reichweite. Es wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. Sah so aus, als konntet ihr ein bisschen Hilfe brauchen. Ihre Verstärkung nimmt kein Ende. Diese Kristalle schon wieder. Wenn wir näher rankommen, können wir dieses Ding zerstören. Ihr habt ihn gehört, Altläufer. Schicken wir diese Dämonen in den Stau. Erste Salbe auf mein Zeichen. Jetzt! Zerbreich die Kristalle! Nun, das war belebend. Aber wie haben Sie in dieser kurzen Zeit so viele Dämonen hierher gebracht? Diese Invasion ist anders als alle, die ich bisher erlebt habe. Und ich bezweifle, dass das die letzte Überraschung war. Diese Gebäude wurden im Handumdrehen errichtet und spucken in sekundenschnelle, scharenweise Dämonen aus. Und jetzt wissen wir, wie wir sie vernichten. Sie oder wir! Legen wir los, bevor Sie uns die Entscheidung abnehmen. Das sind Insignien des Agentumkreuzzugs. Könnt ihr sprechen? Wo ist der Rest des Kreuzzugs? Tote. Überall. Es ging blitzschnell. Keinen kommen. Und keine Spur von Tyrion. Wir finden ihn. Krieger der Horde. Sucht nach Überlebenden. Rettet so viele ihr könnt. Rettet so viele Dämonen. Das ist das Ende. Das Ende. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die ziehen sich zurück. Das war zu leicht. Da stimmt etwas nicht. Da, auf der anderen Seite der Kluft. Gul'dan! Er hat Therion. Heger der Horde, stoßt vor zu Thrall! Hat jemand eine Idee, wie wir dort rüberkommen? Geister der Erde, steht mir bei! Das war's für heute. 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 Interesse. Das ist'res für heute. Utilisivirrt triumphieren! Genug geplaudert, Vryn. Tötet ihn endlich! Ich sah das Ende eurer erbärmlichen Welt. Das Teufelsfeuer wird euch verschlingen wie schon zehntausend Welten zuvor. Die Legion ist endlos! Ich halte nicht mehr lange durch Bring Bane zu mir! Schließt sie rein! Das ist zu weit, Herr. Es sind zu viele! Zurück, Pfein! Zu mir! Wir halten diese Linie! Ich bin außer Reichweite. Wir kommen von hinten! Stärk die Flanke! Fick, Söckling! Die Horde darf heute nicht untergehen. Ohne die Horde werden wir überrannt! Wir müssen hier weg! Bring Bane zum Luftschiff! Alle beiden dröhnen, Jungs! Oh, oh, oh. Marianne, meine Hand! Wir kommen nicht los! Marianne, Marianne! Gebt das meinem Sohn. Gebt das, gebt das! Gebt das, gebt das, gebt das, gebt das! ARD Text im Auftrag von Funk Man wird eurer gedenken, dem König, der alles geopfert hat, für gar nichts. Für die Allianz. 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 Für die Allianz.